Völker Publishing. Forgive me, Vater. Anikido Start. Ich habe jetzt eine kürzere Zeit nicht aufgenommen, weil es mir einfach nur so miserabel schlecht ging. Also ich habe gedacht, jetzt, wo ich wieder weitermache, mache ich auch mal ein neues Spiel. Ah, lass mal einfach mal vor hier. Oder bevor mir zu schlecht hier geht. Und ich stelle aber einmal auf Deutsch ein. Das könnte ich auch besser mitverstehen. Äh, witzig, machen wir mal an. So, anwenden. Grafik, episch. Abgibt uns nicht die Ewelachter, episch. Episch hört sich schon an. So. Und dann werde ich selber machen wir ein neues Spiel. So, wach. Böse. Bauern. Auch. New insulting Suit Auch. Ooh. dimension ...hört sich ungesund an. Wird geladen. Neue Waffe. Aha. Hast eine Waffe. Drücke Left-Maus-Button, linke Maustaste, um zu schießen. Du kannst mit deinem Mausrad oder Numata zwischen eine Waffe wechseln. Dubious cases need firm methods. Warte, habe ich. Klar, wir verschiedene Briefstellen. Überles handgeschriebene Notiz. Sniffer, wer eilet. Hals geht das Holz. Handgeschriebene Notiz. Lofoten. Greif ins Ritualdeutsch. Angeschriebene Notiz. Lages Babilon. Gewand angeschriebene Notiz. Erzoren. Goldes Einwand. Erweckung, Türen, Rückkehr. Neuer Dach. Lieber Luis. Ich habe nach Informationen zu den Symbolen gesucht, das sich für dich interessiert. Du musst mich in Providence besuchen, um alle Materialen durchzusehen, die ich für dich zusammengetragen habe und die bei meinen Kollegen für großes Aufsehen gesorgt haben. Professor I. Jones Archäologie Institut in Providence. Ich hoffe, du, Anne und die Kinder erfreut euch bester Gesundheit. Ich habe gedacht... Fallen Aces? Geschichte. Liebe Herr Martin, die Umstände haben mich zu entschlossenen Schritten gezwungen. Glücklicherweise hat der alte Murphy daraufhin angefangen zu reden. Wir müssen noch einmal mit ihnen in Kontakt treten, um etwas vor seinem Geschwätz zu verstehen. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ich habe auch die Sheriffennachricht. Dr. Sullivan. Luis. Onkel. Sollte ich nicht hier sein, weißt du, wo du mich finden kannst. So. Äh... Geschichte. Dormant? Wer sind sie? Geschichte. Luis Martin Antiquar Maronstraße 34. Bestes Feld in Massachusetts. Komm! Aha! Da befindest du eine Wahnsinnsanzeige. Dieses Feld, wenn du ein Spielgegner tötest oder Alkohol trinkst, sie hören den Wahnsinns, dass du mich anvorsuchst. BZW erleidest du. Okay. Also da kann ich Rambo gehen und... äh... bin dabei, äh... Supermushi. Who the hell were they? They didn't look like normal thugs. Au! Ah, ich hab mich prügeln lassen, das ist nicht gut. Du benötest eine gelbe Schüssel. Ah, verdammt. Huh, Geschichte. Geschichte. Geschichte aus der Tiefe. Band 1. Legenden bringen das Büro eines alten Seelbeeren Wallen. 1. Feuer und Wasser. 2. Meerjungfrauenjäger. 3. Die von der Welle weggespült. 4. Der Herbstmeeres. Das ist eine gute Geschichte. Aber das ist nicht mein Ding. Wir stellen Fische ein, die in den Frühsommer-Saison auf Boote im Golf von Main arbeiten. Wir zahlen 4 Dollar für jede Fahrt. Ausländer wird eine Unterkunft garantiert. Die Rekrutierung läuft bis zum 17. März am Hafen vom Passagent. Damals war zumindest noch ein Bär. Hatte zumindest noch wieder bequerte Dollar. Munition. Kann ich hier rein? Ah. Oh, ist schon heiß. Die Bewegung ist schon ein bisschen... Ah, kann man. Kann man sich das stören? Ich bin ok. Ich bin ein Versuch. Was bin ich hier noch? Was bin ich hier noch? Ich weiß, dass ich hier auf das Versteckte stehe. C-Stock. Ich muss nur treffen. Wat? Ich habe das überlebt. Geile Schüß! Geile Schüß! Ja, neben uns ein paar Schüsse. Weggesprengt! Das ist kurz nach 10, fast ein Viertel nach. Zum Glück sind doch überall Sprengfester hier im Haus. Ah, die sind hier. Ah, ich habe noch einen Proton. Wieder bei mir im Kapuf. Ja, ich habe gelbe Schüssel und wo gehe ich jetzt hin? Ah ja, hier. Oh, schau. Nach dem, was ich hier hier gesehen habe, werde ich ein bisschen Backup brauchen. Die haben da schon Reserveköpfe da in der Hand. Warum überlegen die dort? Oh Gott! Ich helfe bei mir, was ich hier bin. Au! Au! Das ist ein Fehler! Da habe ich eben gerade nicht aufgeregt, dass ich gerade in eine Arena eingestiegen bin. der Speicher begrenzelt. So, was ist die Geschichte? Jeder ist nur ein bisschen in Allemann. ... 21. Benjamin Mahoney, Charles Maxwell, Anthony Kaminski, Thomas Jefferson, Reverend Wildershire, Ted Anderson, Charlie Edwards, and Andy Milkwit. Was ist das hier für eine Lüge überhaupt? Ich glaube, er hat etwas ausgeliefert. Easier. Wieso glaube ich den jetzt schon mal nicht? Tutorial. Du hast gerade eine Taschenlampe aufgehoben, damit deine erste Fähigkeit erhalten. Und damit die Dunkelheit um dich herum zu erheilen, musst du Rechnung aus, dass du drücken und halten. Denk jedoch daran, dass dein eigener Weg nicht leuchten kannst, während du eine Waffe tragst. Die Brüder plant werden von Elf flüge durchgedrückt. Drões獲 pellet Drösse filters sch coalition sch Also, damit da mehr Schaden durchgeführt wird, sollten ich zuhörde und die Punkte sollten nicht fast aufladen und, äh, ja, die Schaden darf nicht gehen. 8529, feste Zerstört, oioioioio, Geheimnis verfehlt, ach ja, schlimmer könnte es hier werden, ne, nächstes. So. Geschichte. Major Benjamin Mahoney. Sir, please, Manners! Exakt, dafür hab ich ihn erschießen müssen. Der beste Weg, um das Hospital zu erreichen, ist bei den Docken. Jawohl. Drankenzähler in, 76, Edward Bradley. Okay. Okay, das ist nur. Die Zähmungsritual, die Versammelten, die in rituellen Gewänder gekleidet sind, sollten ein Besanduhrform aufstellen, die die Zeit bis zur großen Erweckung misst. Der Altar sollte genau in der Mitte platziert werden. Bevor ein Ochsen in der Blüte seiner Furchtbarkeit geopfert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die seine Männlichkeit mäßigen und ihn zwingen, sich den Urkräften zu unterwerfen. Maßnahmen zur Mäßigung sind, Ausreißen der Hörner, körperliche Unterwerfung, Gastration, Unterwerfung der Spezies, Tadeln, geistiges Unterwerfen und vorbereitetes Opfer. Sehr gut! Roma aber? Manns, Centrum!